Schlachthof Wenn du den Partner auffällst, kannst du ihn bei den Bölbe schützen. So, Maschinenpistole Mark II habe ich jetzt dabei. Das hört sich für Kabel wie nachts. Quatsch. Die drei Geisen, die wir da brauchen. Schlachthofbezirk. Ach, das glaube ich schon wieder so eine Durchballer-Mission. Ich glaube, wir müssen irgendeinem... Ich habe ja eigentlich gesehen, dass irgendwas passiert. Irgendeinem Kinnippen oder so. Also, der ist ja mal wieder ohne Waffen. Am Anfang. Seilzug bereit? Jo. Ach, da sind sie. Oh. Kleine Verbesserungsbemerkung. Hier oben stehen wir scheiße. Okay Leute, fangen sie an Gold. Nö, wir können die Fangenden befreien. Wir sollen Gold ab... abschneiden... äh... abgreifen. So wie es aussieht. Nein, jetzt aber noch eine bisschen müssen die Fangenden. Dann muss man die Gefängnisse sein. Na, muss denn die Fünfte sein. Was ist er denn? Äh? Alter. Hm, muss mal rüber rennen. Ich probier's nicht, wie ich da hinkomme. Runter, dann wieder hoch. Woa! Hab Securities gefunden. Ach, jetzt weiß ich, warum die Mission Schlachthof heißt. Was? Murkys? Garagentour? Ach du Scheiße. Ja. Ja, was sind das für Typen, die halten so viel aus? Vielleicht treff die einfach nicht. Hörst du die Tür. Finde die Tür. Ja. Jungen C4. Begebe. Ausdämpfer. Schau dich! Perfekt. Der Bestand ist weg. Dass wir nicht an den eingang der Soldaten entdeckt. Das gute ist, dass meine Munition wird ja schon alle. Was, Daniels? Ich komme Ja, ich brauche Munition Wo? Nicht vor die Haustür gehen, das ist äh Nee, noch nicht. Soll ich abhacken? Schwurmangriff Äh, Boras aus Schilde Schilde Schild down Die Maschinenpistole ist klasse Naja, ich bin grad ein bisschen mutig vorjagen, ich bin gleich down, also Warte, ich muss ja mal kurz Munition einsammeln, jetzt hab ich wieder Woaa Alter, ich hab hier Probleme Ich steh hier neben so'n Spawn von den Typen Äh, habt ihr irgendwie irgendwelche Chancen Geizen zu nehmen? Geizen sind wo, Mitarbeiter Ach, scheiße 12 Sekunden noch Keine Eile Das ganze Dach ist, oooh Hm, haben sie grad angesagt Oh, fuck Kannst du nicht selber welche Droppen mitgehen? Keine Eile Die Die Dach Die verabschieden verabschieden Boah, Mack's Schild stirbt nicht. Hier kommt grad... Oh, ich kommt grad Mack's Schild rein. Ich konnte mich aufhalten. Hat ein Bulldozer? Bulldozer sind die Juggernauts, oder? Mann, kann ich dich vielleicht ganz verpackt hier durch die Wand? Hatsi, ich rette dich. Oh, fuck, meine Waffe war leer. Sorry, Leute. Was ist hier mit dem Gold? Ah, ich hab schon nen Beutel, also ich... Boah, ist mir jetzt langsamer? Ja. Ich hab ne Geisel gefunden. Brauchen wir die? Ja, laufen ist nicht mehr. Mit goldener Tasche. FASTER, FASTER. Ja, das kann's nicht sein. Nein, ist das... Was ist das, die ganze Mission? Ach, besorgt das Benzin. Na super. Hab meinen abgepackt. Alter, schon scheiß... Instant-Verhafter ist... Es hat mich grad eingesprungen. Ich hasse die Typen. Ja, das... Oh, da links. Ja. Du brauchst Benzin, aber ich kann's irgendwie nicht mitnehmen. Nein, lass mich in Ruhe, du... Von wo denn? Ich seh hier gar nix. Ja, kann das sein, dass hier das Benzin hin muss? Ja, ich weiß. Nein, ich bin hinter den Winter. Äh, ich bin hinter die Gelb, das ist 100%... Ach, da... Oh, da jahnt hinten. Ich bin hinter den Wunscher, der Wunscher, der Oma, einer drinnen, das ist für den. So wie man das jetzt macht. Fuck, Munitionen alle. Machst du, ich könnte Probleme mit deinem Rückweg geben, aber ich arbeite dran. Nein, 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 nein. Ich hab' den Kanister. Ich hab' den Kanister. Ich brauch' den, oder? Ja, ich bin... bin hier auch in der Nähe. Aber das Problem ist, hier steht Tonnenweise Squad... äh, ja, das Wort. Ich hab' den Ort rum. Ja, wo bin ich denn hier? Ach so. Mann. Ja, ich bin von der falschen Seite herangerannt an den hässlichen Kanistern, den konnte ich nicht aufnehmen. So, ich hab' den. Du musst dich nicht aufnehmen. Mach' die Pfeil. Leg' die Falle. Was dann... Also, ich, manchmal wüsste ich ja... Genau das. Uh. Chass' die Hände! Nach dem Anmeldung. Glaub' den Anmeldung. Und dann, die Säge sind ein paar Sekunden. Wohin. Der Anmeldung ist ein paar Sekunden. Ich bin von der Anmeldung. Ich bin von der Anmeldung. Ich bin von der Anmeldung. Noch mehr? Wir haben zwei Bündchen, die ist abgelegt. Hebe das Gold hier heraus. Ach du Scheiße. Von wo denn? Von wo? Weitere Gas-Kanister. Atmutt, atmutt. Ich flankiere hier. Oben, über euch, hinter euch. Bulldozer. Geht ihm ein Schumpf da. Geht ihm ein Schumpf da. Geht ihm ein Schumpf da. Bei dir Gehti, bei dir Gehti. Ist er down? Nein! Verflucht! Wo kann... Aber wir sehen uns in drei Minuten wieder. Oh, Matze. Oh, Alter. Nein! Die treffen dich nicht, oder? Danke, Mann. War letzte Sekunde. Nein! Oh, Mann! Ja, Moment. Ich kann noch welche abpacken. Ich muss ihn bloß irgendwie mal... Oh, ein Schild. Ich pack ne Kiste. Nee, ist scheiße. Hier, hier hin. Seht ihr die? Wie soll man das Ding denn hier drücken? Ach, ich kann das von hier hinten drücken. Okay, alles klar. Da oben, ja. Bin dran. Okay, guys, I'm opening container 57 remotely. Zeit zu fliehen? Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Die Falle? Ich höre hier... Ach, das war's schon. Oh, fantastisch! Hallo? Ja, das war eine kurze Mission. Waren 20 Minuten nie geschafft. Oh, ich habe jetzt zwei Munitionstaschen dabei. Das war's. Ein Wurf für den Action, huh? See you at the Safe House. I'll show you the plans. Okay.